Café Colonia unterwegs. Heute haben wir die Gewinnerin am Start, die Heike Wagner. Die hat ja, als Corona begonnen hat und wir unsere Daily Breakfast Sendung gemacht haben, das richtige Losungswort parat gehabt und hat an der Auslosung des Hubschrauberrundflugs durch das Siebengebirge teilgenommen und gewonnen. Und die sehen wir jetzt gleich in Hangela. Da steigen wir in den Heli und fliegen mal bei wunderschönem Wetter eine halbe Stunde durch die Gegend. Und ob ihr das gefällt und ob sie unseren Kaffee weiterhin dann mag, das seht ihr gleich. Leute, das Gewinnspiel hier sind die ganzen Namen drin, die uns zugeschrieben haben. Der Jürgen, habe ich ja angesagt, der soll jetzt die Gewinnerin ziehen oder den Gewinner. Dann greift mal rein, zwischen den ganzen Karten wird irgendwo eine sein. Stopp, nicht gucken, ich sag's. Wer ist es? Ich kenne sie. Ohne Scheiß, es trifft den Richtigen oder die Richtige. Die Richtige, ja. Scheike, Heike Wagner. Hallo Café Colonia-Freunde, hier sind wir. Aha, guckt mal da. Kann man das erkennen? Ja, Café Colonia. Wir stehen jetzt hier am Flugplatz und gleich geht's los. Ich erwarte jetzt die Heike, die wird sich im Moment hier melden. Und dann schauen wir mal, wo wir den Piloten finden. Irgendwo wird er hier sein. Wie gesagt, bestes Wetter, ich freue mich. Ja, und da hinten kommt sie, die Gewinnerin. Das ist die Heike Wagner, aber ich nenne die immer Scheike. Das ist eine lange Geschichte. Die kriegt jetzt erstmal, die kommt jetzt mal schön vor die Kamera hier. Die kriegt jetzt erstmal ihr Geschenk. Ja, natürlich. Du bist noch nie geflogen, ne? Aha. Aber, äh, ist ja egal. Komm, wir gehen mal los. Ach hör mal, wir dürfen das gar nicht machen. Hast du Maske mit? Hm. Ich auch, wir müssen eigentlich Maske anziehen. Wir waren jetzt hier anderthalb Meter auseinander, haben wir auch so gemacht. Ja. Wir haben uns auch nicht geknuddelt, was da früher. Leider nicht. Ja, leider nicht. Mit Maske dürfen wir. Also pass auf, wir ziehen jetzt Maske an und dann gehen wir mal auf Flugplatz, ne? Okay. Bis gleich, Leute. Wir gehen jetzt da rein, äh, Heike, geht los, ne? Okay. Pass auf, guck mal mal. Zutritt nur unter strikter Beachtung der Benutzerordnung. So, Leute, bevor es jetzt lautet, wir sitzen jetzt hier in der Karte. Startklar hier in Hangela und jetzt geht es über Café Colonia gerecht Köln, zurück über das Dienengebirge, wieder hier hin. Wenn wir uns recht nicht mehr hören, dann hört die schöne Musik und genießt die Aussicht mit uns. Bis gleich. Da ist mir. Ich bin natürlich. Da ist mir. Ich bin sicher. Da ist mir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020